Ich bin Haris Selimovic, bin 23 Jahre alt und mache die Ausbildung zum technischen Systemplaner. Die Ausbildung folgt dem Blockunterricht ab, zum Teil in der Schule und die restliche Zeit eben im Betrieb. Ich arbeite in der Abteilung Baustellen Support Center, ich fertige Zeichnungen für Projekte an, erstelle Details dazu und mache Stücklisten. Wir haben ein Praxisfach, dort modellieren wir am PC mit dem Inventor-Programm, machen zum Beispiel 3D-Modelle. Dazu gibt es noch das Fach Berufstheorie, dort kommt dann der theoretische Teil des Ausbildungsberufs dran. Während meiner Ausbildung helfe ich vor allem den Ingenieuren, ich stehe ihnen zur Seite und erstelle Details und Stücklisten für sie. Mir macht es Spaß, dass es immer wieder auf verschiedener Basis beruht, dass man sich immer wieder neu einfinden muss, dass es niemals dasselbe ist. Klar sind es immer Befestigungen, aber oft sind die Abstände vorgegeben, sei es die Wand oder das Material, muss auf Normen achten, dass das alles zusammenpasst. Ich finde es toll hier, dass die Kollegen alle so freundlich sind und sehr sympathisch. Das Arbeitsklima ist ein sehr schönes, man kommt gerne hierher, grüßt seinen Kollegen morgens, macht ein Schwätzchen kurz mit denen und dann geht es als Eingemachte. Ich sehr liebe es! Vielen Dank.